Herzlich Willkommen zu diesem Video. Viele Leute kommen zu mir und sagen, ach Miri, du ernährst dich ja so gesund oder oh, das ist lecker und auch so gesund. Aber selber wollen die Leute nicht wirklich was an ihrer Ernährung ändern oder sind einfach zu faul dafür und wissen nicht, warum sollten sie das überhaupt tun. Deswegen habe ich mir einen Experten dazu geholt und zwar Nico Rittenau. Möchtest du dich mal vorstellen, wer bist du überhaupt? Sehr gerne. Du hast meinen Namen schon gesagt, ich bin Nico Rittenau. Ich bin geborener Österreicher, mittlerweile in Berlin zu Hause und als Ernährungsberater unterwegs in ganz Deutschland, Österreich, auf Bühnen, mache Seminare, mache viele Kurse auch und bin auf Bühnen als Sprecher unterwegs und bastle so an Ernährungskonzepten, mit denen man unsere zukünftige Welt nachhaltiger und gesünder ernähren kann. Durch welche Faktoren lässt sich Gesundheit denn eigentlich beeinflussen? Gibt es da so mehrere Sachen oder würdest du sagen, eins ist so herausstechend, was hauptsächlich das beeinflusst? Deine Gesundheit wird auf jeden Fall durch mehr als nur deine Ernährung beeinflusst. Und das vergessen viele Leute, weil manche ernähren sich sehr, sehr strikt gesund, vergessen aber, dass die Bewegung, deine psychische Gesundheit, dein Schlaf, riesengroße Einflussfaktoren darauf sind. Und ich würde sagen, das sind so die vier großen Dinge. Also ernähre die gesund, habe eine gesunde Psyche, das heißt, lass es dir gut gehen, so weit es geht. Bewege die, weil du bist immerhin das Mensch dazu gemacht, dich zu bewegen. Und guck, dass du guten Schlaf hast, qualitativ und quantitativ. Und wenn die Faktoren zusammenspielen, ist die Chance relativ groß, denke ich, dass man so gesund wie möglich isst und bleibt. Wie sieht denn eine gesunde Ernährung für dich aus? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das darf man auf keinen Fall machen, wenn man sich gesund ernähren möchte? Oder ist es relativ locker? Also gesunde Ernährung kann man ganz einfach runterbrechen. Mach so wenig wie möglich Schlechtes und so viel wie möglich Gutes. Das heißt, lass oder vermeide oder reduziere die Dinge, von denen die meisten Menschen eh wissen, dass es nicht gut ist. Das heißt, zu viel Essen, zu viel Fettiges, zu viel Frittiertes, zu viel tierisches Protein, zu viel Cholesterin, zu viel gesättigte Fettsäuren, zu spät noch essen. So all diese Dinge, die man eh kennt, aber trotzdem macht. Und auf der anderen Seite halt gucken, dass man so viel Frisches, Unverarbeitetes wie möglich isst. Klar, viel frisches Obst, Gemüse, vollwertige Lebensmittel. Es gibt so diesen schönen Spruch, isst nichts, was deine Uroma nicht auch kannte. Das heißt, da kann man schon viel ableiten. Wobei, meine Uroma kannte wahrscheinlich Chiasamen auch nicht. Aber im Grunde genommen einfach Grundnahrungsmittel, die selber am besten zubereiten. Dann wird es auch günstig, weil viele Leute sagen ja, oh, gesunde Ernährung ist so teuer. Aber wenn du dir Basics, Obst, Gemüse, Getreide anguckst, was kostet da der Kilo? Das gibt es ja auch in jedem Supermarkt. Viele sagen ja, gesunde Ernährung geht nicht, wenn man in einem kleinen Café wohnt. Aber es geht ja wunderbar, weil Obst und Gemüse geht. Noch besser, hat man noch mehr Bauern. Ja eben, ist auch regional dann. Genau. Also es ist schon, würde ich sagen, jetzt nicht so locker zu sagen, ach, ihr esst, was ihr möchtet und das wird schon gesund sein. Meistens ist es das Gegenteil dann. Aber ich finde, man dürfte jetzt auch nicht sich zu viel stressen, weil dann ist vielleicht die Ernährung gut, aber die psychische Komponente dann leidet darunter. Also viele Leute kippen dann ein bisschen auch ins Extrem rein. Also würdest du es für gut heißen, wenn auch jemand mal zwischendurch sich Pommes oder Fastfood isst? Oder findest du, man sollte das ganz weglassen? Ich würde sagen, so wenig wie möglich, aber so viel als nötig. Wenn man das Gefühl hat, sein Leben wird extrem bereichert, dadurch, dass man hin und wieder eine Portion Pommes isst, dann ist wahrscheinlich, diese Bereicherung wiegt vielleicht das Fett auf. Und ich glaube, wenn man sich ausreichend bewegt und viel Sport macht, dann verzeiht der Körper auch schneller so Ernährung sünden. Also ihr würdet es besser finden, hin und wieder Pommes zu essen und dafür regelmäßig Sport zu machen, als nie Sport zu machen und nie Pommes zu essen. Oh, das kenne ich so gut. Ich habe mal versucht, auf Zucker zu verzichten und habe dann vielleicht einen Monat ohne, also industriellen Zucker, das auch geschafft. Aber dann auf einmal hatte ich so richtige Fressattacken, dass ich dann ein halbes Schokocremeglas auf einmal ausgelöffelt habe. Und ich finde, man sollte dann lieber mal einen Löffel zwischendurch, wenn man denkt, man braucht das jetzt und dann aber so im Großen und Ganzen versuchen, das zu minimieren, weil so klingt es ja so nichts. Man kennt es ja auch oft aus der Ernährungsberatung, wenn Leute sehr rigide sich an Essvorschriften halten, dann machen die einmal eine Ausnahme und kippen dann total weg und essen dann die Kalorien der ganzen letzten Woche nach. Also in Maßen, denke ich, kann man das schon machen. Okay, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte meine Ernährung so gesund wie möglich machen, er ist Anfänger, was würdest du ihm raten? Ja, also ganz uneigennützig würde ich ihm raten, zu einem meiner Ernährungsseminare zu schauen, weil da man die Basics in einem Wochenende schön lernt. Aber ich denke, die ersten Schritte, es gibt im Internet mittlerweile echt gute Quellen, das heißt jetzt Nutrition Facts von Dr. Michael Greger oder auch die ganzen Veröffentlichungen von Dr. Nubanar, wo man sich wirklich kostenlos gute Infos holen kann. Es gibt schöne Einsteigerbücher, ab heute vegan von Patrick Borg und ganz, ganz viel mehr, wo man sich gut einlesen kann. Und dann würde ich sagen, der erste Schritt führt direkt in die Küche. Einfach mal sich Rezepte raussuchen, gucken, was einem schmeckt und dann wachst man da glaube ich schnell rein. Ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, wäre zu sagen, okay, ab heute ernähre ich mich gesund und vegan und vollwertig und ich lasse keine Fehler mehr zu, weil dann wird man glaube ich frustriert. Also das ist glaube ich ein Weg. Und der Stress kommt dann ja wieder auf. Genau. Also gesunde Ernährung genauso wie genügend Bewegung ist ein Prozess, denke ich. Und umso mehr man macht, umso mehr lernt man darüber. Wichtig ist, dass man anfängt. Warum sollte man denn versuchen, so gesund wie möglich zu sein? Weil ich kenne so viele Leute, die essen einfach ungesund und lassen den Gedanken, sich auch mal gesund zu ernähren oder selbst gesunde Sachen zu machen, gar nicht zu. Die sind so fixiert auf ihrem Jahr. Ich brauche jetzt fünf Steaks am Tag und mehr nicht. Warum sollte sich denn zum Beispiel derjenige jetzt vor dem Bildschirm gesund ernähren? Was ist denn das Positive dann, wenn er das macht? Also viele Leute schätzen die Gesundheit ja nicht, solange sie da ist. Das heißt, spätestens wenn die Gesundheit dann mal die ersten Mätzchen macht, dann überlegen Leute, was können die machen und da wäre gesunde Ernährung spätestens dann ein guter Weg, um Krankheiten präventiv zu behandeln, aber auch um sie dann therapeutisch noch abzuschwächen oder auch zu reversieren. Aber so weit soll es ja gar nicht kommen. Das heißt, die Antwort wäre ganz einfach, wenn du jetzt gesund bist und auch hättest, dass es gerne die nächsten 20, 30, 40 Jahre so bleibt, dann wäre gesunde Ernährung auf jeden Fall ein guter Weg mit Bewegung, mit ausreichend Schlaf. Und gerade in unserem Fall gesunde pflanzliche Ernährung ist ja nicht nur gut für dich selbst, für die eigene Gesundheit, sondern auch für den gesamten Planeten, weil es einfach die nachhaltigste Ernährungsform ist und für das Wohlergehen von sehr, sehr vielen leidensfähigen, sensiblen Wesen. Das heißt, man kann mit seiner Ernährung durchaus mehr als nur seine eigene Gesundheit beantragen. Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass jede einzelne Mahlzeit eine Auswirkung haben kann und denken dann so, ja, ich esse jetzt halt mal gesund, aber es bringt ja nichts oder ich mache jetzt mal einmal im Monat ein Workout, das bringt ja nichts. Aber selbst dieser Anstoß, der ist ja total positiv. Unbedingt, kann ich genauso unterschreiben. Im Endeffekt mit jeder Mahlzeit, das heißt zwei, drei, vier, fünf Mal am Tag, kannst du ja mit Messer und Gabel entscheiden, wie deine Gesundheit und die Gesundheit des Planeten sich in den nächsten Jahren entwickeln. Und wenn jeder Mensch einmal die Woche eine gute Entscheidung beim Essen trifft, dann summiert sich das und das ist relativ viel. Stimmt, weil man isst ja so viel. Ja. Das ist voll krass, weil Essen soll doch eigentlich so eine Art Motor sein, dass man auch Sprachen schaffen kann und wenn man nur Müll in sich reinstopft, dann... Ja, also man würde das Auto ja auch nicht mit Altöl bedanken, sondern sagt, hey, kauf mir guten Diesel oder guten Benzin oder kauf mir Elektroauto. Ähm, und pass richtig gut auf, dass dieses Auto lange fährt, weil wenn der Motor kaputt ist, dann muss ich mal Neues kaufen. Äh, unseren Motor kann man leider nicht nachkaufen. Ne. Genau. Also es gibt ja einen Grund, warum man Erkrankungen hat. Und wenn man nur die Symptome der Erkrankung behandelt, behandelt man die Erkrankung ja nicht. Genau das. Ja. Genau. So, du hast das Schlusswort. Was wolltest du schon immer mal loswerden? Was ist dir wichtig? Boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Muss ich überlegen. Was wollte ich schon immer sagen und habe jetzt die Zeit dafür? Ähm, ich glaube im Endeffekt, wer wird das Video sehen? Ähm, wenn jemand das Video sieht, der sich für gesunde Ernährung interessiert, für nachhaltige pflanzliche Ernährung oder das schon praktiziert, möchte ich der Person danken, weil sie was Tolles macht und ihr vor allem auch trotz dieser seltsamen Medienberichte, die man immer wieder sieht und liest und hört, ähm, hoffentlich einen Teil dazu beitragen, dass sie weiß, dass ihr gute Entscheidungen macht und hoffentlich dabei bleibt. Und jeder, der auch nur ein bisschen was macht, dem möchte ich dafür danken. Ja, ist doch schön. Cool. Ja, dann packe ich noch ein paar Links von dir in die Infobox, dann könnt ihr euch über ihn informieren. Und ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.